Hallo, ich bin der Maximilian und bin hier Sommelier und F&B-Manager im Gratona Mountain Ressort. Ja, grundsätzlich beginnt mein Arbeitstag einmal mit meinem Mittagessen mit meinen Kollegen, wo wir gleich einmal eine kleine Schichtübergabe machen, weil der Frühdienst geht heim und ich bin immer ab zum Mittag dann bis zum Schluss im Haus und betreue quasi die Nachmittagsjause und alles, was da anfällt, bis zum Abendessen und zum Schließen des Restaurants. Grundsätzlich schätze ich sehr, dass ich ein sehr, sehr abwechslungsreiches Arbeitsspektrum habe und das sorgt dafür, dass kein Tag wieder anderer ist und so ist eine gewisse Abwechslung gegeben und natürlich machen die vielen lieben Gäste, die wir haben, einen gelungenen Arbeitstag aus. Also ich bin in Gleichenberg Tourismus-Schule gegangen und war nach der Matura in diversen Häusern unterwegs und habe auch nach der Schule meine Sommelier-Ausbildung gemacht. Ja, den Überblick zu behalten, was manchmal in einem großen Haus schon eine Herausforderung sein kann, aber mit viel Routine und dem nötigen Auge fürs Detail schafft man das auch. Grundsätzlich bin ich gern in der Natur unterwegs und weniger in den Bergen, muss ich sagen, was vielleicht etwas untypisch ist. Ja, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Tätigkeit und ich werde es natürlich so weitermachen und meine Sommelier-Laufbahn fortsetzen und aller Voraussicht nach in diesem wunderschönen Haus. Love it or leave it! Love it or leave it! jel